Wir sind an der Zürcher Bahnhofstrasse und bestaunen Lucy, die Weihnachtsbeleuchtung, die Kummer und Matter gebaut haben. Das ist übrigens die dritte Weihnachtsbeleuchtung, die es an der Bahnhofstrasse gibt, seit 1971. All drei haben Kummer und Matter gebaut. Lucy nach dem Beatles-Song, Lucy in the Sky with Diamonds, ist über einen Kilometer lang, also 1050 m genau, hängen auf einer Höhe von 16 m Oberkant. Es sind rund 23'000 LED in 11'500 Kristallen verpackt. Die sind speziell geschliffen, damit sie eine Tageswirkung haben. Das heisst, wenn die Sonne darin scheint, sollte es eben auch funktionieren ohne Strom. Die Kummer und Matter hat hier alles gebaut und auch die ganze Statik berechnet. Es sind rund 250 Maueranker gesetzt in Gebäuden auf einer Höhe zwischen 17 und 24 Meter. Es sind 12 Kilometer Stahlseile für Bauern, die die ganze Jahre hier oben bleiben. Wir haben alles elektrifiziert, die ganze Steuerung und natürlich die Montage, die Demontage jedes Jahr. Im Vergleich zum Baldachin, weil sie das beliebt war an der Bahnhofstrasse von 1971 bis 2004. Dort hatten wir 300 Kilowatt Anschlussleistung und haben eine Stromrechnung theoretisch von 22'000 Franken pro Saison. Also für die sechs Wochen. Und jetzt ist Lucy, da sind wir auf etwa 3 Kilowatt und die Stromrechnung ist 320 Franken im Vergleich zu diesen 22'000 früher. Also das ist ein Quantensprung, ganz klar. Persönlich gefällt mir an Lucy, dass sie wirklich eine Atmosphäre schafft. Nicht so grell und hell wie möglich, sondern einfach eine Atmosphäre. 100 Meter von hier weg ist die Löwenstrasse mit der Weihnachtsbeliebung PetStars. Auch diese hat können wir am Atten bauen. Als wir sie neu gebaut haben, waren wir etwa zwei bis drei Monate dran mit vier Leuten. Und dort war der Hauptaufwand, das waren die Maueranker. Wenn diese mal gesetzt waren, ist es dann schnell gegangen, weil wir haben dann nur wie jeder Gierlande zwei Querspanner, also zwei Seile, die die Strasse queren. Und heute geht PetStars hoch, innerhalb vier Nächte. Bei den PetStars ist das Besondere, dass man Petflaschen genommen hat. Das sind Sterne, die aus Petflaschen zusammengesetzt sind. Die sind bestückt mit LED-Chips. Der Gesamtstromverbrauch liegt bei knapp 4 Kilowatt für die ganze Strasse, bei 50'000 LED. Schöner an PetStars sind die Farben und das originelle Design schlichtweg. Es macht etwas aus dieser Strasse. Mit dem Q-Bus über dem Löwenplatz, der die Farben wechselt. Und das finde ich sehr speziell.